Neuer Shop kommt jetzt hier mal wieder in wenigen Sekunden, vergesst nicht wie gewohnt den Kanal zu abonnieren, falls ihr neuer seid und gerne gerne das Video liken, wir haben einiges zu besprechen. Erstmal müssen wir uns den saftigen neuen Item Shop anschauen, der sich in ganz genau 5 Sekunden aktualisieren wird. Ich bin gespannt was der Fortnite Item Shop Praktikon für uns mal wieder gezaubert hat, gebacken hat. Ich hoffe irgendwas Gutes, der Item Shop von gerade eben war ja noch recht gut, jetzt bin ich wieder in der Mitte gespawn. Keine Ahnung, was Fortnite heute gemacht hat. Übrigens, Lady Gaga verlässt heute, ihr habt noch wenige Stunden die zu kaufen, falls ihr die noch kaufen wollt, bis kurz vor 10 Uhr habt ihr noch die Möglichkeit. Falls ihr mich supporten wollt, dann denkt auf jeden Fall dran, hier unten drauf zu drücken, einmal ganz entspannt F-E-R-J-O-S-Blont hier einzutragen. Kuss geht raus an alle, die mich immer hier eintragen, suchen drücken, abbrechen drücken, Kuss. Hier hat sich nichts getan, auch nichts getan. Wow, was ist das hier? Aha, ein Skin, eine 100, wird nicht abgespielt, sieht mir nach einem Bug aus. Kann ich das kaufen? Keine Ahnung. Ich lasse es mal. Keine Ahnung, was ich da gekauft habe, aber irgendwas habe ich im Besitz, was anscheinend nicht existiert. Sind das irgendwie neue Jam Tracks vielleicht? Nee, sind es nicht. Nö. Ey, und wir sind auch schon direkt oben beim Ende angekommen. Okay, das war jetzt aber irgendwie komisch. Naja, dann gehen wir ganz entspannt nach unten. Manchmal muss ich komplett nach oben gehen. Jetzt heißt es halt nur nach unten. Crew-Paket bleibt noch am Start. Sonneangebote, Paket bleibt auch noch da. Aber übrigens, hier gibt es aktuell einen Bug. Falls ihr nicht alle V-Bugs freigeschaltet bekommt, denke ich mal, wird Fortnite das heute mit dem heutigen Update dann erledigt bekommen. Und dann könnt ihr ganz entspannt wieder die Aufgaben machen für diese 1000 V-Bugs. Eminem bleibt weiterhin im Shop. Ein sehr cooles Bundle. Also bis jetzt sich noch keine Veränderung. Ich hoffe, dass irgendwas geändert worden ist. Der Shop wird aber so oder so verändert übrigens, weil heute gibt es ja das neue große Update um 10 Uhr. Und wenn die Server online sind, sollte dann auch ein neuer Skin im Shop sein. Und zwar Billie Eilish. Dazu gehen wir auch nochmal gleich genau näher drauf ein. Was, wie, wo genau. Ein Janky bleibt drin. Wir haben das Bundle auch noch am Start. Gibt es heute überhaupt eine Änderung? Oh, oh. Gibt es heute überhaupt eine Item-Shop-Änderung? Der Item-Shop ist wirklich komplett gleich geblieben. No way. Ist der Shop wirklich... Boah, der ist bestimmt wieder verbuggt. Weil das wäre gestern im Shop. Ein Janky wäre im Shop. Angeblich sollte Janky auch heute rausfliegen. Ist auch nicht passiert. Also ich sehe hier keine einzige Änderung. Oder? Habe ich irgendwas verpasst? Nö. Keine einzige Änderung. Dann machen wir mal kurz den Move hier. Wir gehen kurz in Rette die Welt rein. Sowas gab es schon mal. Und dann hat sich der Shop irgendwie danach aktualisiert. Eine Stunde später aktualisiert. Es kann sein, dass der Shop dann irgendwie ein paar Stunden anders ist. Und dann nochmal nach dem Update anders ist. Ich bin gespannt. Also ich hatte oben gerade so einen gelben Punkt. Das heißt, in den meisten Fällen, dass sich irgendwas geändert hat. Äh, Hauptsache, Hauptsache, das hier ist am Backen. Wird nicht abgespielt. Da ist eine 100. Und es lädt die ganze Zeit. Also das ist ein Riesenfehler hier mal wieder. Eddie Gaga. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Ich glaube, wir haben heute tatsächlich keine Änderung reinbekommen. Crazy. Lasst mich das mal auf Twitter abchecken. Ob wir irgendwie wie hier einen Fehler haben oder so. Ähm. Hm. Hm, 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 hm. Und zwar, ja. Es ist ein, oh mein Gott. Es ist ein Fehler. Es gab eine Itemshop-Aktualisierung. Aber wir können sie einfach nicht sehen. No way. Es ist Ghoul Trooper wieder am Start. Panda Leader. Irgendwelche, ein paar seltene Items sind auch am Start. Fortnite. Was habt ihr eigentlich gemacht? Was habt ihr hier wieder getan? Ich werde mal kurz vorne neu starten und das Ganze abchecken. Eine Aktualisierung hat auch absolut leider nichts gebracht. Wir schauen uns einfach kurz den Shop mit einem Bild an. Es soll tatsächlich Ghoul Trooper am Start sein. Wie random. Einfach gefühlt im Sommer Ghoul Trooper. Dann Panda Team Leader ist wieder zurück. Ganz genau dieser Skin hier. Dann haben wir hier diesen Heal Skin. Der ist auch so knapp 300 Tage nicht da gewesen. Jetzt haben wir hier was Seltenes. Und zwar der hier. Dieser Tomatenkopf in der dunklen Variante. Ist 404 Tage nicht im Itemshop da gewesen. Der ist gar nicht mal so schlecht. Die hier ist wieder zurück. Wir haben hier den Wake Rider. 403 Tage. Also das hier. Und das hier sind die seltensten Items heute vom Shop. Ansonsten ist das Emote glaube ich noch reingekommen. Was wir leider nicht sehen können. Dann gibt es hier saubere Grooves. Das hier ist reingekommen. Ansonsten sehe ich jetzt erstmal nichts. Was für ein komischer Tag heute. Die Pickaxe sind zurückgekehrt nach 422 Tagen. Dann ist das hier das seltenste Item heute vom Shop. Diese Pickaxe ist hier. Boah die Pickaxe ist auch wieder zurück. Eine richtig coole Spitzsacke. 39 Tage alt. Und das war es dann auch mit den Änderungen hier oder? Äh ja. Ab heute nach dem Update wird es eine sehr sehr heftige Einstellung geben. Die Emotes betrifft. Und zwar könnt ihr tatsächlich 4 Emotes von den Gegnern ausschalten. Und die nicht mehr sehen. Wie wo war es ganz genau? Erkläre ich euch ganz genau jetzt. Betroffen sind die Emotes voll ab lachen. Das ist dieses Auslach Emote. Was gefühlt jeder haben will. Niederlang passieren. Das ist der L-Dance. Peitschenknall. Das ist dieses DC Emote. Wo man so mit einer Peitsche rumschlagen kann. Schalenregen ist dieses Emote. Wo man anstatt so Geldscheine schmeißt. Bananen schmeißt. Was passiert jetzt wenn ihr die neue Einstellung auf anstellt? Ganz einfach. Ihr werdet von einem Spieler eliminiert. Und der führt das Emote voll ab lachen aus. Dann seht ihr den Spieler. Wie er euch gerade dabei ist auszulachen. Habt ihr die Einstellung aber an. Wird der Spieler bei euch einfach so angezeigt. Als ob er gar nichts tun würde. Er wird auf der Stelle stehen bleiben. Und es wird kein Emote Sound abgespielt. Das heißt es ist sozusagen eine Anti-Rage. Anti noch mehr Rage Funktion. Das heißt wollt ihr nicht ausgelacht werden. Wenn ein Spieler euch eliminiert. Könnt ihr diese Einstellung auf an machen. Betrifft aber nur diese vier Emotes. Damit ihr da Bescheid wisst. Gibt es ab heute. Nach dem Update. Dann geht es hier weiter. Der nächste Festival Skin. Wurde ja geleakt. Wurde ja schon vor ein paar Tagen. So halbwegs bestätigt. Dass Billy Eilish reinkommt. Aber hier der vollständige Skin. Heute nach dem Update gibt es auch den neuen Battle Pass. Wo die Dame dann drin ist. Hier ein paar weitere Bilder zum Billy Eilish Skin. Ich finde den Skin richtig clean. Ich wollte mir eigentlich keinen Festival Pass kaufen. Aber ich glaube ich werde es wieder tun. Weil der Skin ist schon richtig richtig cool. Hier nochmal ein weiteres Bild. Vor allem der hat keine nervigen Seitentaschen. Richtig clean. Von dem Skin gibt es auch zwei Versionen. Itemshop und natürlich Battle Pass. Ich glaube das hier müsste die Battle Pass Version sein. Sind alles drei dieselben Skins. Was gerade eben um 2.10 Uhr noch gepostet worden ist. Dass nach dem Update ganz genau dieses Auto im Itemshop drin sein soll. Und das sieht wirklich wirklich fresh aus. Schreibt eure Meinung zu den ganzen Dingen in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ansonsten falls ihr ein bisschen sparen wollt. Checkt die Beschreibung ab. Oder den angeblenden Kommentar. Für günstige Spiele, PSN-Karten oder sonstiges. Kommt gerne in die WhatsApp Gruppe rein. Denn dann verpasst ihr keine weiteren Neuigkeiten. Und dann verpasst ihr keine weiteren Neuigkeiten.